Hm. Dad, warte ich. Sollte meine eigene Form benutzen. Eine Kugelgussform? Nein, aber für eine Pfeilspitze. Der Bogen ist meine Waffe, also denke ich, ich sollte eine silberne Pfeilspitze machen. Dad, wenn... irgendwas passiert... Hey, hey! Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Damals konnte ich doch nichts sagen wegen Mom. Du brauchst auch nichts sagen. Und ich bin noch lange Zeit für dich da. Das verspreche ich. Dann nimm es einfach als Erinnerung. Vielleicht willst du es nicht hören, aber... so weiß ich, dass ich es dir gesagt habe. Ich liebe dich. Und bin stolz auf dich. Ähm, ich bin stolz auf uns. Hm. Ähm. Web und